Mir gefällt es überraschend gut, der PS schon mal. Ja, und die Farben machen halt so viel, ne? Die Farben machen halt richtig viel, das ist das Krasse irgendwie, I don't know. Okay, äh... Wo gehen wir hin? Ja, lass nochmal so und dann was anderes ausprobieren. Okay. Ich glaub, die Farben machen halt auch einfach richtig viel irgendwie. Ja, ja, safe, safe, safe. So angenehmer zu spielen irgendwie. Chat oder WhatsApp? Ach so, ja. Oder wie die gesponged haben. So, es sind zwei Leute da drin. Äh, ja. Ich geh rechts rum. Hab einen hier. Hab einen Tempos mit Full Aufsetzen. Hier oben, hier oben, hier oben. Ja, ja, da soll ich pushen. Macht er nicht, schade. Unten links. Ja. 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 Das sieht irgendwie krass aus hier, oder? Ja, das ist wirklich sehr, sehr nice. Oh mein Gott, er hat die ganze Zeit nur abgeaimt. Opfer. Boah. Was ist das denn? Boah. 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 Wie geht's denn gleich ab, ey, wer.... Vorhin gleich abaimt, ja... Wenn der Streamer getötet wird, sind die Gegner immer Bots und äh, campen. Hier jetzt die Ding... Die Stair kommt ja hoch. Von mir. Oder, also zumindest... Oh mein Gott, der Preci hab ich fast, komplett geknallt. Noch einer, Sheepack, 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 der Zweite. Ja, Bro, ich bin, also ich... Ich komme hier nicht rein. Shit. Ah, doch hier, oder? Besucht irgendwie seit zwei Minuten. Ja, ja. Mehr. So, bin da, Jungs. Ich weiß, dass ich eine Wall Street sein kann. Kann helfen. Aber die TK, einfach in einem Wort. Merkt man schon, krass, na, den Unterschied? Ja, der Gegner war vorher instanturnt nach Sheepack und jetzt schluckt er noch richtig. Ja, ja, genau, richtig. Wenn der Sheepack ist, ist das ja eh One-Shot. Wir können Loadout wiederholen, Jungs. Gehen wir zum Shop wieder. Ja, wir haben auch Bedrohung drei auf uns, ne? Life-Markers, Oney. Okay, ja. Schönes Ding, Harry. Oh, hier kommt man auch hoch. Krass. Krass, hier kann man so an der Seite hochlaufen. Okay, Money liegt. Wir können... Oh mein Gott, das ist so knapp. Wir müssen laufen auch, ne? Ich schmeiß dir ein bisschen vor. Ich hab's so geschätzt. So überschlagen. Gerade so brauchen wir können, ne? Hinter mir. Ist das kacke. Bitte holt ihn. Das knockt. Wer hat alles hier ist. Finish, ich brauch die Zeit. Für Laudi. Hab, 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 hab. Okay. Hey, es sind noch so viele. Oh mein Gott. Ich bin von allen Seiten tot. Geh weg, Phil. Ach, Mann. Komm, Phil, weg. Hm? Waren das verschiedene Teams? Nein, ich war so gut. Ich kann mal Gasmaskate. Shit. Also, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr geil. Real talk. Was? Ein Aim. Arschloch. Bin ich einfach am Rücken geschossen. Waren doch safe links rumkommen hier, oder? Ich hab jetzt auch so Hunger. On me. Ne, Rank gibt's noch nicht. On me. On me, Felix. Oh mein Gott. Ich komm, ja. Nein, ich... Da kommt noch einer rechts, glaub ich. Ah, der von der Abströmung nicht. Geh weg, Phil. Hm? Oh mein Gott. Es sind so viele Leute da. Drück dich raus, ne? Phil? Ja. Mach mal die Tür auf. Phil? 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 Hinter mir, da, mit da. Ja, ja, ist gut. Hinter mir? Kommt der rein? Ich hab ihn live, man. Der kommt, der kommt, der kommt. Ne, die Schocker an den Schnellschlag auf jeden Fall. Ich wurde gebaitet. Da kommt noch einer, oder? Hm. Ja, der ist gerade außen. Hast du Platten? Warte mal, hinter uns ist noch einer. Hinter uns, genau hinter uns. Äh, ja, ich hab eine hier. Hab gejobbt. Stark, Chris. Okay. Ich bin trotzdem lockt von euch. Alter. Ich weiß nicht, ob ich zu dir kommen kann jetzt. Ich bin so übersichtlich gerade. Ne, ne, bin nicht tot. Ich wurde von irgendeinem Dach. Ein ganz anderes Team hat mich gesniped. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, okay. Das wird noch richtig auf passieren, glaube ich. Ja, ja. BZ? Das war einfach aus dem BZ im Haus. BZ im Haus. 1 zu 1 die gleiche Zone, ne? Nein. Ero. GTK Multiplayer nicht gehört. GTK wurde erhört, ja. Nicht in Multiplayer. Außer seinen Patrons in den Chat, Chat. GTK wurde erhört, ja. Ja, einfach mal ja gesagt. Das war eine Nachricht beim Chat. Das ist kein Lodi hier, oder? Das ist ein Bait. Wurde gerade gebaitet. Das ist ein Bait, ja. Das ist ein Bait, ja. Wurde gerade auch schon gebaitet. Über dir links, Phil. Hm. Ich gehe, glaube, Castle. Ah, Leck. Chat geht, Alter. Der Command aus seinen Patchnotes. Ist das hier auch wieder ein Bait? Also sag mal, das ist ja schrecklich. Ich sehe hier überall Loadout-Symbole. Äh, um, 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 um. Pass auf. Wir aimen die Tür ab. Also das, da müssen wir loslassen, glaube ich. Ich denke, wir müssen rein. Unter uns. Ich habe ich gerade wirklich eine 15 Schuss. Ja, ja, ja. Das ist recht. Ah. Oh, blöd. Star's alive, Felix. Äh. Ich habe eine 15 Schuss MP5 auch vor. Wer hat sich das ausgedacht? Kurze Frage. Auch feuern direkt an der Stelle. 15 Schuss. Es gibt jetzt auch nur 30 Schuss MP7. Nice. Das ist immerhin das Doppelte. Ja. Kein Mod da. Schade. Sieht nicht nach mehr Leben aus. Oder viel mehr. Man merkt das wirklich in den Gunfire jetzt direkt. Nein. Ich habe, äh, Ding-Bug. Apple-Bug. Och, nee. So, jetzt aus seinen Patch-Nutz. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Wir müssen jetzt erstmal weg vom Rand der Zone, weil der fickt uns die ganze Zeit. Bin am Rand. Hab gefickt. Was? Gefickt? Gefixt? Hab gefickt. Einfach. Ich hab, ich hab gar nichts, ich hab wirklich nichts gemacht tatsächlich. Ich glaub mir, wirklich. Ich hab nichts gemacht. Ich hatte einfach nur Glück. Äh, 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 äh. Ich glaub hier, maybe... Ja, da ist ein Link, aber ich wollte mein Video. Ja, hier, Lodi. Ist das jetzt dieser Nebel, Alter? Ja, ne? Oder doch nicht. Ist das hier nur die Area, wo wir sind? Doch, 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 das ist Nebel. Safe. Ja, ne? Mhm. Das ist ja... Ja, okay. Lass schon mal deep in die Zone, lass schon mal deep in die Zone. Ja. Das ist jetzt ein Nebel, okay. Äh, sollen wir Castle oben drauf? Ja, ja. Linke Seite war aber auf jeden Fall ein Team. Ich bin genau hinter ihm, ich bin genau hinter einem. Direkt vor dir. Ja, gleich, Marc. Ja. Ich wurde auch gesichtet von jemandem. Ja, am Fenster noch. Hast du den? Nee, andere noch weiter weg im Fenster. Castle ist halt in der Hinsicht echt wohnenlos, ne? Mhm. Warte, ich hab ne MCPR. Da unten bei der Church die töten und die auch bei Castle drauf. Die Scheiße. Habt ihr Platten erstmal kurz? Äh, ja. Ja, ja. Hier, drei Stück. Jo, danke. Ja, wir können da hin. Okay, bei Castle, der da draußen. Oh, mir hat ihn direkt vor uns. Links. Er hat mich gestackt. Ist das geisteskrank. Ich hab ihn aber. Hab ihn. Entschuldig? Noch einer hinter mir. Einfach gestackt. Weiß auch nicht wo. Oh Gott. Ich muss mich gleich pudern. Ist ja okay. Ja, warte. Warte. Hier. Good job. Ja. Dann landet einer bei uns. Boah, so die die Geldgast. Und dann noch mit dem Rückstoß auf Range. Mit der Kronen. Alter. Ja, wenn ich finde, bei der Kronen merkst du das Geist gestört. Mhm. Da kommt ein Shop hier unten gerade. Spreze in den Shop. Mhm. Ich brauch wieder Platten. Ich hab wieder Janis. Ja, das geb ich dir wieder. Ja, warte mal. Äh, vor uns, vor uns, vor uns, zwei Gegner. Vor uns, zwei Gegner auf ein Dach. Mhm. Vorladung. Ein Knock. Schön. Anders drüber geschwungen, glaub ich. Ich schmeiß uns mal hier im Portable aufs Dach. Ja, sehr gerne. Boah, hier ist aber, die Position ist nicht so nice, ne? Ich hätte gerne einen Lodi irgendwie. Äh, vor uns am Fenster wieder. Oh mein Gott. Kann jemand eine Plattenbox kaufen? Oh mein Gott. Hier drinnen ist einer. Der Shop muss halt ankommen. Der Shop muss halt ankommen. Oder gehört da drin ist auf jeden Fall einer? Mhm. Oh Gott. Knock, 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 knock. Oh mein Gott. Wir sind nicht mehr schlecht. Okay, der Shop. Der Shop kommt an. Ja. Ich kaufe Plattenboxen. Ja. Ich komme nicht bei dir rein gerade. Ich kann nur... Ich habe Sam-Tags. Ich habe den Knock. Nice, nice, nice. Kommt man da rein? Ja, ja. Du kannst da drauf springen. Ich mache hier oben an der E-Hofs jetzt ja auch gleich. Ja. Richtig. Direkt zweimal. Nehmt alle. Ja, ja, ja. Wait. Hab. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ach, Digger. Oh Mann. Mann. Wir haben noch keinen Zeitdruck hier oben. Geil. Ich kann auch noch mal kaufen. Ich würde gerne eine Waffe kaufen, XWD. Chipwreck. Ist da unten rein? Ja. Junge, wie der wegrennt. Habt ihr noch Geld für mich für eine SMG, bitte? Ja, lege ich dir gleich. Ich muss jetzt erst mal wieder hochkommen. Hinter mir? Seid ihr ganz unten, oder was? Ja, ja. Wir kommen aber gerade wieder hoch. Noch einen? Geht jetzt in die Sicherheitszone. Muni-Box wäre eigentlich auch big, actually. Sag ich euch ehrlich. Also, ich brauche ein bisschen Geld. Am Shop, am Shop, am Shop, am Shop. Ja. Ist der weg? Der ist weg. Der ist weggeschwungen, glaube ich. Irgendwas für Lobbys, Alter. Ja, schieß kurz. Merk, wir sind drei. Ja, voll. Du kannst dich kaufen. Ich kaufe noch eine Plattenbox. Ne, Muni-Box auch noch. Hier ist Geld. Komm, bitte auch unbedingt noch eine Muni-Box. Die wäre sehr, sehr wichtig. Ja, habt ihr alle genommen? Habt ihr alle Plattenbox genommen? Ich habe genommen. Ich würde gerne mir auch eine Waffe kaufen. Geht das? Habt, 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 habt. Dann kaufe ich eine Muni-Box. Ja, ja, ja. Muni-Box. Nein, ich war noch nicht. Spaß. Alles gut. Okay. Donnick, dein 20. Monat. Wir kommen zurück. Okay, direkt unter mir noch einer. Sehr, sehr korrekt, Mann. Kuss, Bro. Hier hinten einer. Ich habe ihn markiert, aber ich sehe die Markierung einfach nicht. Oh, man sieht die ganze Zeit nichts. Ist das wirklich Maximumnebel? Also, wahrscheinlich, oder? Ja, das ist Maximumnebel. Okay. Aber wirklich ein bisschen nervig. Das muss auch nicht so lange gehen sein. Ja, es muss wirklich gar nicht da sein, irgendwie. Also. Es muss gar nicht da sein, nee. Eigentlich muss es wirklich gar nicht da sein. Und wir haben noch was drin. Lass uns in der Zone irgendwie Posi holen, oder? Ja. Was gibt es denn da Schönes? Hier ist einer irgendwie. Ich glaube, hier ist einer. Und da hinten, da rotiert einer. Preci auf uns. Preci, 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 Preci. Preci, Preci, Preci. Nach vorne. Ja. Lass hier zu dieser Rücken. Na wohl, nee, lass ganz rechts außen die Mauer spielen, oder? Das habe ich auch nicht gehabt. Preci hat mich in der Luft genockt. Das ist schlecht jetzt. Wollen wir hier bleiben? Oh, Mauer sind schon welche. Mauer sind schon welche, okay. Ja, Bro. Hier ist halt eigentlich zu viel los, aber ja. Ja, wir können uns hier ein bisschen in die Ecke setzen, oder so. Da hinten sind wir. Aber der ist schon nocked. Reportable bei uns. Aber wir haben nicht genug Geld. Ja. Ich hatte auch genug Geld. Der Traum vom Rebuy lebt, Wofür. Alter. Der hat genug. Let's go. Feinde landen im Einsatzgebiet. Hier drüben an der Mauer. Die müssen, die müssen. Es leben so viele. Was passiert hier? Ja, Hetlitz, Hetlitz. Linke Seite. Mauer. Hier oben. Cheap Rack einer. Wichtiger Kill. Ist er nocked? Phil, rest mich mal bitte. Ich hole dich. Noch eine smoke, wenn du kannst. Mach ich. Einer ist close for euch. Oh mein Gott. Nice. Der hat mich direkt wieder genockt. Ja. Holst du, Phil? Ja, 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 ja. Kannst du smocken, kannst du smocken, kannst smocken? Nee, ich hab keine mehr. Okay, okay, alles gut. Da kommt einer vor mir direkt. Ja. Ganz stark, ganz stark, Junge. Wir müssen halt laden rum, das sind schon welche drüben. Habt ihr das morg? Nee. Nein. Junge, Junge, ist das intens. Direkt über dir, direkt über dir. Rechts von dir jetzt, Felix. Ganz stark, schön. Äh, Stu, Stu. Ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts, ja. Einer, einer hits, einer hits, aber nicht Nock, äh, One Shot oder so. Ich hab gar keine Platten. Shieldbreak einer. Unten oder was, durchs Wasser? Nein, 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 ja, einer ist im Wasser und einer ist hier an der Hütte. Der geht nach hinten weg. Der ist an der Ruine vor mir. Habt ihr hin gleich? Hast du den Felix? Er ist hier, er ist hier, genau Marker, genau Marker, genau Marker. Genau dahinter. Ja, er ist nur ein weiter jetzt, an der Brücke. Direkt vor euch. Unten. Knock. Let's go. Let's go. Tschüss. Tschüss, du ahnst es nicht. Alter, wie konnte Felix hier, Digger, der Schaden und die Kills, Phil und ich, ist, das Bodenloss. Ist das Bodenloss. Wie kannst du das sehen? Wie kannst du das sehen? Nämlich Dreieck drücken. Dreieck. Jetzt geht's, jetzt geht's. Warum hast du 21 Kids? So, mich. Damit hab ich 5000 Schaden ab. In einem Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir. Ja, ich bin ein Loch, 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 ich bin ein Loch